Die Wollnys Enthüllung. So verdient Kalanta jetzt ihr Geld. Das Verschwinden von Kalanta Wollny gab lange Rätsel auf. Jetzt ist sie wieder da und verrät, wo sie lebt, ob sie in einer Beziehung ist und womit sie ihr Geld verdient. Fans machten große Augen, als Sylvia Wollnys abtrünnige Tochter Kalanta Wollny sich Ende 2023 plötzlich wieder auf Social Media regte. Da es von der 23-Jährigen diverse Instagram-Accounts gibt, bei denen nicht ganz klar ist, welcher wirklich von ihr geführt wird und bei welchem es sich um einen Fake handelt, sind einige Fans nach wie vor skeptisch. Neben aktuellen Fotos lud Kalanta Wollny zuletzt aber auch Audios hoch. Restzweifel bleiben, doch bei den meisten Fans überwiegt die Freude über das unverhoffte Wiedersehen mit Kalanta. In diversen Fragerunden zeigte sie sich in letzter Zeit ungewohnt offen und aktiv, teilte gegen ihre Familie aus und begann sogar einen Social-Media-Streit mit Wollny-Kumpel Kevin Haupt, hier alle Infos größer als größer als größer als. Als sich Kalanta im Dezember 2023 erstmals zu Wort gemeldet hatte, enthüllte sie unter anderem, warum sie so lange von der Bildfläche verschwunden war. Sie habe mit Depressionen zu kämpfen gehabt, so die 23-Jährige. Doch wo ist Kalanta Wollny jetzt und wovon lebt die junge Frau seit ihrem Ausstieg aus der RTL-ZWEI-Sendung, die Wollnys, eine schrecklich große Familie? Das beantwortete sie am Montag, den 8. Januar 2024 in einem neuen QA, wenn auch teils sehr vage. Ich wohne mit meinem Partner zusammen, wir gehen beide arbeiten, so Kalanta Wollny. Welchem Beruf sie derzeit nachgeht, behielt Kalanta für sich. Die 23-Jährige hatte keinen Schulabschluss und keine Ausbildung vorzuweisen, als sie aus der RTL-ZWEI-Sendung ausstieg, mit der fast die gesamte Wollny-Familie ihr Geld verdient. Vor einigen Jahren gab sie an, ihren Hauptschulabschluss nachholen zu wollen, was daraus wurde, ist unklar. Die Wollnys haben keine echten Berufe. Sarafina Wollny brach Ausbildung ab. Die anderen fingen nach der Hauptschule gar nicht erst damit an. Das einzige Kind von Sylvia Wollny, das neben den Auftritten in der Scripted Reality-Doku nachweislich einem festen Job nachgeht, ist Sarah Jane Wollny, die in der Pflege arbeitet. Sarafina Wollny beispielsweise wollte ursprünglich medizinische Fachangestellte werden, brach ihre Ausbildung ab. Die anderen Kinder, die in der Öffentlichkeit stehen, haben teils nach ihrem Hauptschulabschluss alle Bemühungen eingestellt, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Lediglich Loredana Wollny hat nach eigener Aussage noch Ambitionen in diese Richtung, möchte bald ausbilden lassen. Auf der Homepage ihrer Gynäkologin Cornelia Andresen ist sie unter den Teammitgliedern gelistet. Loredana Wollny, Auszubildende zur medizinischen Fachangestellten. Nach der Elternzeit wird Loredana Wollny eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten bei uns beginnen, heißt es dort. Wie es bei Jeremy Pascal Wollny, Sascha und Patrick Wollny oder Jessica Birkenheuers beruflichen Werdegang bestellt ist, ist unklar. Jeremy Pascal machte sich 2021 zunächst mit JPSK Polishing selbstständig. Wo er professionelle Autoaufbereitungen in Form von Lackpolituren und mehr anbot, feilt heute an seiner Karriere als YouTuber.